Bhagavad Gita, Bers 3.39 So wird das reine Bewusstsein des Lebewesens von seiner ewigen Feindin der Lust bedeckt, die niemals befriedigt werden kann und die wie Feuer brennt. Erklärung In der Manusmriti wird gesagt, dass die Lust auch mit dem größten Sinnesgenuss nicht befriedigt werden kann, ebenso wenig wie Feuer durch die ständige Zufuhr von Öl gelöscht wird. In der materiellen Welt ist Sexualität das Zentrum aller Aktivitäten und daher wird die materielle Welt Maitunya Agada die Fessel der Sexualität genannt. In einem gewöhnlichen Gefängnis werden die Verbrecher hinter Gitter gesperrt. In ähnlicher Weise werden die Verbrecher, die gegen die Gesetze des Herrn verstoßen, durch sexuelle Verlangen gebunden. Fortschritt in der materiellen Zivilisation, die sich auf Sinnesbefriedigung gründet, bedeutet, die Zeit der materiellen Existenz eines Lebewesens zu verlängern. Daher ist die Lust das Symbol der Unwissenheit, durch die das Lebewesen in der materiellen Welt gehalten wird. Während des Genusses sinnlicher Befriedigung mag man so etwas wie Glück empfinden, doch in Wirklichkeit ist dieses sogenannte Glücksgefühl der eigentliche Feind desjenigen, der seine Sinne genießt.